In diesem Video geht es um die besten Kugelgrills. Der Qualitätssieger in unserem Kugelgrill-Test geht an den Rösle Number One F50. Hitze, Glut, Feuer, ein echtes Grillerlebnis garantieren Holzkohle-Kugelgrills ganz egal ob Steaks, Burger-Patties, Bratwürste, Fisch oder Gemüsespieße gegrillt werden. Extra große Grillfläche und Grillraum Durchmesser 50 cm hoher Deckel für großen Garraum und ausreichend Platz für Aufsätze 80 cm Arbeitshöhe für ein angenehmes Grillen. Die Lüftung bietet eine einfache Steuerung der Temperatur mit einem Hebel. Kein lästiges Ablegen des Deckels mehr das Scharnier und der robuste Deckelgriff garantieren schnelles Öffnen und Schließen des Deckels mit nur einer Hand inklusive großen Deckelthermometer mit Anzeige in Grad und Fahrenheit. Der patentierte Wendekohlerost kann zum direkten und indirekten Grillen eingesetzt werden stabile Räder garantieren einen sicheren Transport. Die Verstrebungen unter dem Kugelgrill bieten einen großzügigen Stauraum für Grillzubehör. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Femor-Kugelgrill. Die Größe des Grillrostes beträgt ca. 53 x 53 cm. Die Grillfläche ist groß und eignet sich für 5 bis 10 Personen. Warmhalterost ca. 39,5 x 29,5 cm. Die zwei Grillroste erleichtern nicht nur das Platzieren von Lebensmitteln, sondern hält auch die Temperatur der Lebensmittel. Ideal zum Räuchern, Grillen und Garen im Freien, geeignet für milde Eintöpfe, geräuchertes oder gegrilltes Fleisch, Fisch und Gemüse. Ideal für Familie oder Freunde. Einzigartiges Design. Auf dem Grilldeckel befinden sich die Bohrungen am Schlot, die während des Garvorgangs geöffnet oder geschlossen werden können, um dem Essen einen besseren Geschmack zu verleihen. An der Seite der Ascheschale befinden sich Lüftungsschlitze, die das Verbrennen von Kohlenstoff beschleunigen. Der Aschesammler sorgt dafür, dass die Kohlenstoffasche schnell gereinigt wird, die Asche nicht herunterfällt. Zusätzlich kann das Thermometer im Deckel die Temperatur messen. Der Rundgrill besteht aus Edelstahl, ist rostfrei und produziert keine giftigen Substanzen. Die Oberflächenschicht besteht aus hochwertiger Sprühtechnologie und ist beständig gegen hohe Temperaturen. Die Hauptteile des Grills sind verdickt, um den Grill stabiler und sicherer zu machen. Der Holzkohlegrill hat zwei Räderdurchmesser 17,5 cm. Infolgedessen bietet es mehr Mobilität und man kann den Grill problemlos in den Garten oder in den Innenhof schieben. Dank der vier stabilen Beine kann der Grillwagen feststehen. Das mitgelieferte Regal kann zum Platzieren von Gewürzen, Messern und so weiter verwendet werden, was sehr praktisch ist. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kugelgrill-Test ist der Goods & Gadgets Kugelgrill. Mit diesem praktischem Original Kubista Kugelgrill in der Spezialkompakt-Variante, zum leichteren Transport und platzsparender Aufbewahrung, können Sie nicht nur auf die herkömmliche Weise Grillen, sondern auch wie die echten Grillprofisen Amerikaner und die haben es ja immerhin erfunden. Mit geschlossenem Deckel grillen. Bei geschlossenem Deckel zirkuliert die Luft in diesem exklusiven Micro-Barbecue-Kugelgrill aus emaliertem Edelstahl, wie in einem Heißluft-Backofen. Oben tritt die heiße Luft aus dem Luftventil aus und gleichzeitig wird dadurch durch das sich unten in der Kugel befindliche Luftventil frische Luft angesaugt mit dem Ergebnis einer steten und gleichmäßigen Luftzirkulation. Optimale Temperaturkontrolle wird dadurch zum Kinderspiel für ein perfektes Grillergebnis. Aber nicht nur das zahlreiche Studien belegen unter anderem auch, dass diese Art des Grillens auch noch die deutliche gesündere Variante ist und unbedingt der herkömmlichen Methode vorzuziehen ist. Selbstverständlich ist mit diesem Tischgrill aber auch Grillen auf herkömmliche Art und Weise hervorragend möglich. Der Grill kommt teilweise vormontiert und ist binnen weniger Minuten zusammengebaut. Immer und immer wieder werden sie einen perfekten Gareffekt haben. Nur noch Deckel drauf und Hitze über das integrierte Luftventil exakt steuern. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.